Für so viele ist es zu einer Lebensweise geworden, negativ ausgerichtet zu sein, zu glauben, dass du hier bist, um zu leiden, zu glauben, dass du hier bist, um so weiterzuleben. Es ist Gottes Wille, dass du deine Freude findest und dass du diese Freude erlaubst, dein ganzes Wesen zu durchdringen. Es ist dein natürliches Geburtsrecht und dein natürlicher Seinszustand. Dein wahres Selbst ist diese Freude in wahrer Form.